ah ja auch wieder drei keys wie es aussieht oder muss drei schalter umlegen vielleicht die toll tolle unsichtbare wand ja warum kann ich da überhaupt rauslaufen wenn ihr eine unsichtbare wand hin macht und weg ja so weswegen einfach vielleicht toll riesen tor aber die tür ist offen das wird euch sicherlich schutz gewähren mensch der tür schließt mal ab kein wo man die wo denn da oben du misskerl noch einer oben ich hab doch gleich gedacht so merkwürdig groß und frei und bist kerle ihr elendlichen und wo kommst du jetzt her ich dachte ich hätte euch alle getötet bleibt so egal also wir aktivieren den schalter und können dann mitnehmen und den schalter aktivieren und munition finden was war das andere jetzt noch und komm her töte dich damit stirb stirb komm noch eins geh weg stirb auch du komm stirb stirb so nämlich weniger auf solche unnützende teils konzentrieren und wir gegner schießen kommen die alle her ich hab nix süßes für euch geht weg und da ist ja schon wieder einer spiel ich hier auf bleibt mir oder was bleibt tot wenn ich auch wieder schieß war das aufbauen okay das macht dasselbe nur in grün das haben wir versuchen sehr schön so und wir müssen da lang brauchen wir brauchen blauen schlüssel es ist da noch nichts nichts nur wasser und da drüben auch nichts verschlossene türen und dann da lang auch zu auch zu ziel aus dauerfeuer ziel aus dauerfeuer und laufen toll man ist jetzt gespeichert wann gute frage waren und ich bin in den falschen teleporten gesprungen bin ich dämlich das war eine rhetorische frage ich möchte keine antwort auf diese frage halten fragt es ja nicht okay darunter dann muss ich jenga mit nehmen ich muss darunter springen ich muss in den richtigen teleporter springen und die welt beenden und ich zunächst kommt kommt er und mitnehmen und und ja die schlüssel dafür nicht haben und paar leute erschießen so da ich noch was vor hab würde ich sagen ich mache hier erstmal schluss und geben wir dann diese lustigen ziel zu raketenwerfer skelett schützen und ganz viele andere monster das nächste mal auf vorher mache ich noch das warum auch immer also speicher ich hier und macht da schluss bis zum nächsten mal